Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit Deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Neue Chakra Upgrades für die Menschheit Der neuntdimensionale Arktrianische Rat durch Daniel Scranton Am 4. November 2019 Übersetzt von Wolfgang Seid gegrüßt, wir sind der Arktrianische Rat. Wir freuen uns, mit Euch allen in Kontakt zu treten. Wir freuen uns sehr, wie immer hier zu sein und uns mit Euch zu verbinden und wir sind besonders erfreut, dass wir die Gelegenheit haben, mit Euch unsere Sichtweise auf das zu teilen, was sie gerade dort auf der Erde lebt. In Bezug auf die jüngsten Upgrades, die in Euren Chakren stattgefunden haben. Upgrades sind ein sehr natürlicher Teil Eurer Evolution des Bewusstseins und Eurer Evolution des Bewusstseins geschieht, weil Ihr existiert. Es geschieht, weil Du Deine Realität, Dich selbst und andere erlebst. Und so verdient Ihr allein dadurch, dass Ihr dort seid – und verdienen ist nicht gerade das richtige Wort – die Upgrades, die Ihr bekommt. Während Du in den letzten Wochen geschlafen hast, ging es bei den Chakra Upgrades, die Du erhalten hast, darum, Dir einen besseren Zugang zu Deinen Erinnerungen an frühere Lebenszeiten, Deinen Talenten, Deiner Fähigkeit, Dich mit Wesen höherer Frequenz zu verbinden und Deiner expressiven, kreativen Energie zu gewähren. Das zu haben, was wir gerade erwähnt haben und mehr, ist natürlich für Euch. Und deshalb ist es in keiner Weise störend, wenn Ihr diese sehr wunderbaren und notwendigen Upgrades erhaltet. Sie sollen Euch eine andere Erfahrung der Realität geben. Und wenn Ihr eine andere Erfahrung der Realität habt, könnt Ihr Euch noch mehr entwickeln. Dein Bewusstsein kann aufsteigen. Nun, was Ihr finden werdet, wenn Ihr Euch jetzt durch Eure Tage, Eure Wachmomente bewegt, ist, dass sich viele Türen für Euch öffnen. Weitere Portale stehen Euch zur Verfügung. Ihr könnt mehr erhalten und gleichzeitig mehr geben. Und so ist es eine sehr aufregende Zeit der Menschheitsgeschichte und der menschlichen Evolution. Dies ist eine Zeit, der diejenigen von Euch, die in der Lage sind, diese Upgrades zu nutzen, wirklich ihren Stempel aufdrücken werden. Ihr werdet durch Eure Führung und die Kraft Eurer Worte und Taten zeigen, wie Ihr die Menschheit auf die nächste Ebene bringen könnt. Und wir haben einen Hinweis für Euch alle. Es geht nicht darum, Veränderungen im physischen Bereich vorzunehmen. Die Evolution Deines Bewusstseins dreht sich um Liebe, Mitgefühl, Vergebung, Einheit, Gegenwart und keines dieser Dinge erfordert von Euch, irgendwelche Veränderungen im Physischen vorzunehmen. Jetzt, wenn Liebe und Mitgefühl durch Dich strömen, wirst Du eher entsprechend handeln. Und das ist immer eine gute Sache. Aber es war die Entscheidung, Liebe zu wählen, Mitgefühl zu wählen, die zur Tat, zu den Worten, zu den Ideen führte, die Du an andere Menschen weitergegeben hast. Es ist an der Zeit, nach dem zu suchen, was diese Chakra Upgrades für Dich bedeuten und was Du dadurch jetzt der Menschheit bringen kannst. Das ist, dass Du immer mehr von Dir wirst. Und das ist für uns aufregend. Das ist spannend für jeden, der die Evolution des Bewusstseins der Menschheit beobachtet und daran teilnimmt. Wir sind der Arkturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit Euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für Deinen Energieausgleich.